Hey meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sailor Dream ASMR und heute gibt es mal ein Harry Potter Unboxing Video für euch beziehungsweise gab es das ja gerade erst vor kurzem mit dem goldenen Schnatz und heute unboxen wir mal den lieben Dobby, Dobby, Dobby und ich würde sagen, let's go, so meine Lieben Wie eben schon erwähnt, werden wir heute mal Dobby unboxen Ich habe letztens in dem Video schon erwähnt, als ich den goldenen Schnatz ausgepackt habe dass meine Mama mir aus Frankfurt Dobby mitbringen wird und jetzt ist es halt soweit und ich finde, er sieht so niedlich aus Ja, das wird jetzt natürlich kein, wer weiß, wie langes Video aber ich wollte euch trotzdem daran teilhaben lassen wie ich ihn auspacke So sieht das Ganze von hinten aus Okay, da würde ich sagen packe ich den jetzt einfach mal aus So sieht das Ganze schon mal von oben aus Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen Aha, das ist einzeln Hier ist quasi erst mal so ein Behälter Ich nehme mal an, so ein Jahrschutzbehälter Oder dass es wirklich so eine Art Vitrinoptik sein soll Und ich nehme mal an, das ist hier ein Stück von Hogwarts Was ihr da sehen könnt Von einem, ja, Flügel nennt man das hier da Nicht Flur, sondern Flügel, glaube ich, nennt man das Da haben wir den niedlichen Dobby Dobby Der ist so, so niedlich, Leute Da ist er Ich bin Dobby, der freundliche Hauself Ah, und hier ist noch so eine Jahrfolie dran Ich denke mal zum Schutz Und wenn ich das richtig errate Dann würde ich vermuten Dann würde ich vermuten, dass das Buch Tom Riddles Tagebuch ist Denn er hält da eine Socke Und das wird dann bestimmt aus dem zweiten Teil Die kann man das schrecken sein Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr denkt Ob es so ist oder nicht Weil in dem Teil Holt er ja die Socke aus dem Buch Und ist dadurch frei So, ich mach das mal ab Okay So, dann Oh, Apollo schnarcht Dann ist hier Ist das hier hinten auch so befestigt So, Leute, ich hab's endlich geschafft Das war gar nicht so einfach Also, das Ganze besteht nochmal aus zwei Teilen Zum einen hier aus diesem Untergrund So schaut das aus Mit diesen Fackeln hier noch Und Natürlich Tobi Da seht ihr nochmal mit seiner Socke Er ist so toll Glatzen-Tipping Die Füße sind auch so krass gut geworden Also, echt nice Und das Ganze stellt man dann quasi Hier so rein Ich hoffe, das hält So Und Wo hab ich's jetzt hier Dann kommt natürlich der Deckel noch drauf So So sieht das Ganze dann aus Richtig, richtig cool Und das wird auf jeden Fall Einen Ehrenplatz bei mir bekommen Seid ihr denn auch so Harry Potter-Fans? Wenn ja, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare Ob ihr auch da über der Artikel sammelt So wie ich So So, meine Lieben, das war es auch erstmal wieder mit unserem kleinen Unboxing-Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat, auch wenn es nicht allzu lang war. Und ja, eine Frage habe ich aber noch zum Schluss an euch. Und zwar wurde ich letztens von einem Zuschauer angeschrieben und wurde gefragt, warum ich seit graumer Zeit Hey, meine Lieben, Schlafsuchenden sage und nicht wie früher Hey, meine Lieben, Träumer. Und ich wurde darum gebeten, mal eine Umfrage zu machen, was ihr am besten findet. Wenn ich zum Beispiel sage Hey, meine Lieben, Schlafsuchenden oder Hey, meine Lieben, Träumer. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was von den beiden ihr am besten findet. Und ja, was gewinnt, das behalte ich dann und sage es dann halt zur Begrüßung. Das würde mich jetzt auch mal ziemlich interessieren. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon von euch und wünsche euch noch eine gute Nacht. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon von euch. Vielen Dank.